ja hallo zusammen diesmal mal so ein kurzvideo hier im bereich schleswig holstein an der schlei da gibt es so einen kleinen landwirtschaftsweg wo man dann hier unten rauskommt und das ganze einfach mal ein bisschen genießen kann mittlerweile 11,5 grad und hier in der sonne bei mäßigen wind oder leichte brise echt traumhaft schön das wollte ich nur mal kurz gezeigt haben macht's gut euer markus